und dann munzen zu einem video zu endlich mal wieder einer live picker um 13 uhr war wieder live stream pk also nicht einfach danach ist die fertige pk hochgeladen das video ist nämlich live stream mit werle wohlgemut labbadia war ja klar dass sie irgendwann kommen muss 12 12 war dieser deadline tag von den ganzen personellen entscheidungen die auch schon lange davor getroffen wurden sind alle da trainings auftrag 15 uhr wurde auch gestreamt oder wird immer noch gestreamt glaube ich während ich sie gerade aufnehmen hier so ein bisschen ich will nicht kurz fassung sagen weil ich noch nicht weiß wie lange es hier dauert wie ich mein skript runter runter rät aber wenn wir eine zusammenfassung sage ich mal kürzeren zusammenfassung von dieser recht genau einstündigen pressekonferenz die wir gesehen haben die sagen ja recht solide war natürlich in vielen fragen und vielen antworten bisschen zu unkonkret in vielen fragen kommt man aber eben auch noch nicht so groß kann man nicht groß konkretisieren mit einer gewissen sicherheit in den antworten aber eben auch ein paar ja kleinere sachen weil ein bisschen was durch die blume durch was durchaus interessant ist finde ich gehen wir rein angefangen logischerweise mit einem werle monolog bis ja auch recht normal so klassiker der pressesprecher stellt den den leuten auf auf der tribüne sag ich mal auf dem protest gibt er denen die fragen eben vor dass sie ihre antworten quatschen können danach daneben erst die presse fragen direkt am anfang schon von wohlgemut direkt in seiner aussage drin interessant kedira und werle haben ihn geholt also eine aussage in richtung von dass dass er nicht viel überzeugungskraft aufwenden musste wie auch immer da auch ganz klares zeichen von wohlgemut selber die aussage kedira und werle haben ihn geholt heißt es bestätigt weiterhin dass kedira doch ziemlich tiefer doch schon tiefer drin ist als ich sag mal nur berater würde ich auch mal so interpretieren auch wieder ganz klar dass den 100 prozent der stift geht wurde noch mal betont dass es ein anderer abstieg wäre als die letzten die wir erlebt haben wir könnten uns kommt auch da wieder die blume durch wurde auch so berichtet dass wir das definitiv nicht leisten könnten abzusteigen dass er minus von 40 millionen am start wäre labbadia also wird ein wildes ding ich gehe trotzdem weitgehend chronologisch durch deswegen switch immer wieder zwischen verschiedenen leuten die die was gesagt haben natürlich gibt es ja auch nicht so richtigen richtigen roten faden dem so folgen kann in der pressekonferenz thematisch oder sowas labbadia hat dem ein oder anderen bundesliga-verein abgesagt wurde auch geäußert auch interessant wo sind das gerücht von schalke zum beispiel labbadia ist ein großer freund von statistiken wenn man sie lesen kann und eben über die spiele legen kann auf die spiele anwenden kann finde ich schon mal sympathisch für mich ich mag ja auch statistiken natürlich am ende des tages zählt das was auf dem platz platz passiert so da helfen auch keine x-goals oder sowas aber finde ich schon mal schön wohlgemut und werle waren sich schnell eigentlich über labbadia labbadia hat sich sehr gewollt gefühlt vom vfb betont auch die absprache mit wohlgemut das wurde auch recht ausführlich gesagt von beiden noch mal immer wieder auch quasi gefühlt ohne vorlage in der frage noch mal darauf eingegangen dass die beiden schon voneinander wussten und so weiter also ich glaube die haben schon mitbekommen dass es eben die gerüchte oder die die vermutungen gab er hat nur werle geholt in labbadia das wollten sie glaube ich damit ein bisschen bisschen ja richtig stellen sage ich mal labbadia sagt auch was 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 richtig ist der klub hat eine wucht in alle richtungen kraft der fans also positiv und negativ aber die er sucht jetzt erstmal den fokus also was die mannschaft braucht gesagt ist dass er gefühlt 100 dinge wüsste die jetzt irgendwie anfangen würde und so weiter der mann ist auf jeden fall auf mission und er kennt die situation ja auch ist ja nichts neues wenn er weiß schon wurde anpacken muss aber das natürlich erst mal bestandaufnahme zu machen ist interessant ist auch eben für ihn was braucht die neue generation so die jungen spieler und so weiter er meint auch dass man mit den spielern heute mehr reden müsste als früher also in sachen psyche und so weiter freude darf hier nicht nur von labbadia kommen auf die arbeit mit der mannschaft sondern auch von der mannschaft selbst motivation aus jedem einzelnen raus kitzeln das verkauft aber die ja quatsch da recht lange drüber werle hat auch wieder gesagt nochmal wie auch gefühlt in dem pressestatement halt dass er kam das wohlgemuten vollumfanglichen mix hat wo er über gearbeitet hat und da klingt auch so ein bisschen durch auch da wo sie es von wegen ja wir führen schon länger gespräche auch in der thematik eben das wohlgemut und labbadia sich kennen wir führen schon länger gespräche und so weiter da klingt schon auch deutlich raus dass es sich auch bei denen natürlich im kopf in der planung wen würden wir holen als ersatz für missentat schon länger abgezeigt hat dass eben missentat den vertrag nämlich vorgelegt hat nicht verlängern wird wie es ja auch gekommen ist für wohlgemut ist es wie gesagt eine ähnliche arbeit wie ein paar der bond wo der forse war immer wieder die besten spieler abzugeben und eben mit niedrigem budget zu arbeiten hier schon mal schön das ist so ein bisschen einer aus dem ich sag mal ich sag mal felix magat handbuch dieser woche gibt es direkt dreimal um 7.30 morgens training von labbadia in der woche schönes ding gefällt mir haben auf jeden fall eine mission auch einen plan auch über den nicht abstieg hinaus hier fehlt halt ja doch man kann eigentlich schon fast sagen hier fehlt eigentlich jegliche konkretisierung in der pk in irgendwelchen antworten muss man aber eben auch sagen gibt ja noch keine sicherheit so ich brauche jetzt kann ich brauche jetzt nicht über eine fette zukunft quatschen oder wie in dietrich früher über top 3 quatschen wenn ich nicht mehr weiß ob ich nichts überhaupt erst oder zweitig ist bin also kann ich es irgendwo auch verstehen ich hoffe einfach mal dass die intern doch schon mehr plan haben als sie eben nach außen rausgeben wohlgemut meint auch dass die qualität im kater gut ist man muss einfach konstanz reinbringen und auch hier interessant das ist zur ersten herangehensweise dass man guckt dass man konstanz reinbringt mit dem kader aber bevor man schaut ob man am kader quasi was verändern muss sich zuerst ein bild machen haben dafür genug zeit jetzt hieß es immer wieder irgendwie jetzt die nächsten 14 tage erst mal das gefühl für kader bekommen und so weiter und so fort ja und dann kamen ziemlich komische frage komisch bis dumm weiß ich nicht komische frage auf jeden fall ob denn die vfb spieler ski fahren dürften nachdem sich jetzt ja neuer hier verletzt hat weiß ich jetzt nicht was die frage soll aber wurde gestellt aber die ja meint er würde nicht persönlich ski fahren ist früher hätte es wohl klausel in verträgen gegeben wahrscheinlich in richtung ja wie verhält man sich halt außerhalb vom verein in freien phasen und so weiter er weiß nicht wie es heute heutzutage da aussieht würde auch beim vfb nicht viele auf skiern sehen und da kam dann was was auf twitter sofort zum shitstorm wurde dass er gesagt hat dass er zum beispiel ein colibali oder ein seru also ein gerassi dass er die eher mit sonne und mit lust und freude und sowas verbindet als offen als dass es sich auf der skistrecke sieht und da kam direkt weil er eben leider ja das war einfach sehr unglücklich würde ich mal sagen leider einfach zwei schwarze sich genommen hat aus der mannschaften direkt wurde die rassismus ja das thema rassismus aufgemacht in der aussage ja es war unglückliche wahl gerade die beiden zu nehmen hätte halt gesagt dass das an den führig und dann keine ahnung den endo nicht auf der skifa skibahn sieht dann wäre es vielleicht anders rüber gekommen für mich muss ich aber sagen bitte aber ein bisschen ball flach halten ein bisschen ball flach halten wenigstens so klar keiner weiß genau wie er es gemeint hat die aussage ich will auch nichts relativieren sollte es doch so gemeint worden sein werden wir eh nie erfahren aber muss ich jetzt mal denken mit einfach wem anders der da sitzt und das anders rüber bringt wer da nichts draus passiert ich stelle mir vor diese frage kommt nun materazzo der eben eine sympathie bei den fans hat der seit jahren da ist er die mannschaft kennt die spieler kennt der so eine frage gestellt bekommt einfach dann so ein bisschen mit einem verschmilzten lächeln wie man so gekannt hat auf seiner pressekonferenz sympathisch einfach darauf an und sagt ja ne weiß ich jetzt nicht glaube ich jetzt nicht dran sehe nicht so viele bei uns auf der strecke jetzt in tongs oder so sehe ich nicht bei uns auf der auf der skistrecke eher am strand dann wäre da nichts passiert da hätte sich keiner drüber geäußert hätte wahrscheinlich gesagt lustige antwort cool gelöst von materazzo und so wird es auf einmal ein rassismus shitstorm ähm finde ich quatsch finde ich übertrieben was diese interpretation angeht ähm er kann sich ja auch einfach schon ein bild vom team gemacht haben und gemerkt haben ey den sehe ich nicht auf der skistrecke so ist auch ganz doof gesagt kollegen freunde die mich kennen sehen mich auch nicht auf einer skistrecke trotzdem sage ich nicht dass das eine rassistische aussage wäre wenn es nur weil sie mich nicht auf der skistrecke sehen das ist schwieriges thema ich finde es übertrieben was da rein interpretiert wurde bei dieser frage oder noch mehr bei der antwort das bläst einfach weiter in dieses rohr von wegen dass wirklich absolut alles jeder satz von werle jeder satz von labbadia wohlgemut ist das ein bisschen rausfindig der kam recht gut weg bei der pk aber gerade die beiden weil es einfach viele nicht hier haben wollen auch aus der vfb-bubble nicht gerade hier twitter muss ich immer da vor allem hineinziehen in das thema jeder satz wird auf die goldwaage gelegt das ist unfassbar wirklich mittel also ich hätte dafür ich hätte gesagt fast ausnahmslos aber mittlerweile muss man echt sagen dass absolut alles ausnahmslos sofort kritisiert wird wo es auch nur einen kleinen hauch an möglichkeit für kritik gibt überall wird ein fehler gesucht und ich bin mir halt ganz ehrlich ehrlicherweise nicht mehr mal nicht mehr sicher um den zusammenhalt mit den fans den es braucht was das thema was das thema äh abschickskampf angeht klar twitter online ist was anderes dass sie dann wirklich auch im stadion sind und so weiter und wie es da dann ist aber so von der aktuellen lage wenn ich mir das so angucke und durchles wirkt das echt so als gäbe direkt einen plattsturm sollte mainz im ersten spiel unter labbadia was dann ja mitte januar sein wird mitte januar sein wird sollte da mainz im ersten spiel nach 5 Minuten 1.05 habe ich echt das gefühl es gibt einen plattsturm also das kannst du dir echt nicht mehr ausdenken das war selbst unter dem korkut nicht so schlimm also da muss ich echt sagen heilige scheiße bei jeder kritik und bei jeder schlechten laune okay ich bin auch nicht so positiv eingestellt aber es kann man sich halt wirklich langsam nicht mehr geben ich finde twitter als platform echt geil da kriegst du schnell infos und alles aber ohne witz mittlerweile weil man eben auch die ganzen vfb tweets vorgeschlagen wird in der bubble halt drin ist und so weiter scrollst eine minute durch siehst 4-5 vfb posten hast schon gar keinen bock mehr machst die app zu so ist mittlerweile bei mir weil da so viel stuss geschrieben wird das ist so ein blinder hass einfach auf alles was der vfb irgendwie macht was vor allem in werle und in labbadia und so machen wirklich wirklich abartig jetzt zurück zur pk hab mich lange genug mit dem thema jetzt beschäftigt ähm werle meint dass es eine intensive arbeit mit khedira gibt ähm und hier interessant er sagt nach den nächsten mindestens eineinhalb jahre ist khedira erst mal berater des vorstandes wäre nach meinem wissensstand vielleicht habe ich auch irgendwas einfach nicht mitbekommen aber wäre nach meinem nach meinem wissensstand die erste angabe zu einer vertragslaufzeit von khedira würde ich mal behaupten ähm hat auch den weg von misslatte und so weiter junge wilde und sowas durchaus durch die blume ein paar mal schön schlecht geredet nach motto der weg der uns dieses jahr auf platz 16 im letzten in der letzten saison mit klasse hat am letzten spieltag äh geendet ist und so weiter der uns dieses jahr auf platz 16 geführt hat und so schon durchaus kritik an dem weg von wegen ey schön ist es ja aber sagt er auch mal wieder man muss sich einen erfolg messen lassen und der hatte ja auch durchaus recht mit natürlich muss er es nicht so durch die blume durchschieben noch äh aber hat er auch recht mit man muss sich eben am erfolg messen lassen so fertig ist ähm Identifikation mit der Fans mit dem Kader ist wichtig darauf hoffen sie und darauf setzen sie auch weiterhin ähm fußballerischer Plan von Labbadia ist erstmal das erstmal mehr das zählt was die Mannschaft ähm kann was die Mannschaft hat als was er quasi machen möchte ne also erstmal herausfinden was die Mannschaft gut kann Labbadia mag Rino mag Matarazzo hat gesagt er hat Kontakt mit ihm äh wird nie etwas schlecht reden wollen von seinem Vorgänger auch da wahrscheinlich ne nur einfach vergessen oder wie auch immer aber eigentlich ist er sein offizieller Vorgänger wie immer aber ich glaube es ist schon schon wahrscheinlich was er damit meint das was er Matarazzo quasi als ein Vorgänger nennt ähm Gentner als Trainingslager mitgeplant auch den äh Trainingsplan soll Binnenglied zwischen ihm Labbadia und der Mannschaft werden also das war die Aussage von Wohlgemut ähm freuen sich auf ihn sympathischer Kerl Labbadia freut sich auch auf ihn Gentner war ja auch Kapitän unter Labbadia er kann den Spielern viel mitgeben kennt auch den Abstiegskampf auch damals unter Labbadia Kapitän im Abstiegskampf gewesen als es erfolgreich war äh und das hat und Labbadia hat schon viele Punkte im Kopf um Gentner einzubinden ähm sie hätten Wimmer gerne gehalten er möchte aber Cheftrainer werden die Aussage kennen wir ja auch schon äh Labbadia bringt Trainerteam mit gibt natürlich dadurch alte und neue Trainer er hat aber sofort unterbunden dass es hier so Teambildung gibt oder Gruppenbildung gibt ab sofort ist man ein Team ähm die machen einen motivierten Eindruck äh auf ihn äh ist eine schwierige Situation sagt Labbadia logischerweise jüngste Mannschaft der Bundesliga zweite Jüngste Europas im Abstiegskampf da muss man sich einspüren sich gegenseitig Vertrauen geben ähm und er sagt auch eben auch Thema Trainerteam und so weiter äh oder generell alle im Staff quasi drumherum das Team um das Team wird unterschätzt also positiv wie negativ hat er Meusche genannt auch von sich aus also ohne dass ihm in Frage gestellt wurde zu ihm hat er ihn einfach so aus dem Impuls raus genannt finde ich auch geil dass er in den Verein lebt dass er auch einer ist der natürlich auch genervt ist von Niederlagen aber eben danach kein bei keinem so richtig drauf hat oder nicht unbedingt drauf hat sondern immer positiv ist gute Impulse setzt von außen von außen aufbauend ist also schön dass auch Meusche den kennt er ja auch noch von damals dass er bei uns war ähm dass Meusche auch bei ihm so gut in Erinnerung geblieben ist Trainingslager in Mabea wissen wir ja ähm Endo ist schon wieder hier Ito ist noch in Japan habe ich glaube ich rausgehört und so ist er dann noch bei der WM mit dem hat er auch schon geschrieben äh die beiden Japaner haben wohl noch Schwierigkeiten nach der WM so ein bisschen verletzungsmäßig äh sind wahrscheinlich auch einfach nur K.O. so äh es gibt Absprachen natürlich vom vorherigen Trainer also von immer noch wie man jetzt so plant wer wann nach der WM und hier und da zurückkommt da muss man sehen wie man es so umsetzt ähm Gesprach Gespräch ist mit Endo geplant als wichtiger Spieler ähm Führig fällt aus äh und hier auch interessant man ist mit Bielefeld Magdeburg im Austausch da gab es auch schon Gerüchte dass man eben die Laien vielleicht abbricht von Klimovic und Bejas weil wir eben auch hat er auch wohlgemut gesagt dass man so ein bisschen Fürsorgepflicht hat dass eben die Spieler spielen ähm dass man da vielleicht die Laie abbricht und sie eben weiter woanders hin verleiht wo sie eben hoffentlich mehr spielen und interessant auch hier Trainingsauftakt danach wurde wie gesagt auch live gestreamt oder wird noch live gestreamt ähm und wer war da zu sehen einfach Ömer Bejas Ömer Bejas das war der eindeutig also ich glaube ich habe mich nicht habe mich glaube ich nicht verguckt äh es war der eindeutig Ömer Bejas war da hat mittrainiert also sollte glaube ich da klar sein dass die Laie zu Magdeburg wohl Geschichte sein dürfte zumindest wäre es komisch wenn jetzt bei uns trainiert und auf einmal dann zurückgucken und statt wieder Magdeburg werde ich glaube ich glaube die Laie haben sie schon abgebrochen da hieß es irgendwie die das in den nächsten zwei Wochen äh da Klarheit schaffen wollen bei den beiden Laien und es wirkt so als hätten sie das aber ja schon getan und ich glaube die Laie wird da wahrscheinlich abgebrochen dann mal gucken wie es mit ihm weitergeht vermutlich wie gesagt eine weitere Laie ähm auch interessant war auch irgendwie geil ähm Werle hat echt einen Spruch gehabt oder einen Satzbau gehabt den man echt für ein Trinkspiel hätte nutzen können in der PK dieses ständige habe ja bereits ausgeführt und so weiter oder haben ja bereits ausgeführt immer so quasi darauf hingewiesen also schon mal darüber gesprochen haben in irgendwelchen Statements und so weiter hätte sie echt ein Trinkspiel draus machen können ähm Übergangsphase NLZ zu Profis äh ist denen wichtig wollen sie drauf gucken und natürlich muss man jetzt erstmal durch die finanzielle Situation über auf ablösefreie Spieler gucken und auch auf Leihgeschäfte über Leihgeschäfte nachdenken ähm da gibt es einfach eine Veränderung durch finanzielle Situation logischerweise muss man auch frische Gelder einholen also sag ich mal Abgänge und sowas ähm einfach auch deshalb war eben der sportliche Erfolg auch die letzten Jahre ausblieb Labbadia hat sich die U21 angeschaut am Samstag einer der U21 ist dabei im Training jetzt äh zwei Spieler aus der U19 werden noch mittrainieren ähm er sagt dass er Stützen braucht für die jungen Spieler Labbadia dass die jungen Spieler Stützen brauchen im Team was nicht unbedingt mit Alter in Verbundenheit ist sondern einfach für ihn gibt es keinen Jung oder Alt sondern einfach nur gut natürlich auch logische Aussage so äh aber das heißt jetzt nicht nur weil er eine Stütze will dass jetzt hier der nächste 34-jährige Andreas Beck kommt oder sowas kann natürlich passieren aber äh hat er jetzt zumindest mal nicht so direkt angesprochen äh Labbadia sagt selbst dass er der letzte Trainer war der hier international spielte ja so kann man sich auch mal hier ja ja ist ja einfach richtig ist ja einfach richtig habe ich jetzt auch gar nichts dagegen dass er so eine Aussage tätigt ist ja richtig ähm es wurde nicht erfolgreicher seitdem Labbadia weg ist beim VfB wie auch bei vielen anderen Klubs nicht ähm deswegen kann man den Spruch mal bringen finde ich äh er sagt auch jeder junge Spieler der bei uns gut spielt wechselt halt weg so und man braucht eben diese Stützen die auch mal über drei Jahre da sind über drei Jahre leiten können aber das sei erstmal Zukunftsmusik äh die Corona und zwei Abschiege haben einiges mit dem Verein gemacht ähm interessant hier Fragen an Wohlgemut äh Verlängerung von Silas hat eine hohe Wichtigkeit wurde schon angeschoben ja auch schon von Missen hat scheinbar in die Bewegung gesetzt und auch je weiter angeschoben den wollen sie wohl verlängern und auch hier auch eine klare und harte Aussage sage ich mal wie klar oder wie ernst diese Lage ist aktuell ähm die es droht dass die und da ist das Wort interessant finde ich ähm dass die Betriebsgrundlage die erste Liga droht wegzufallen ne Betriebsgrundlage heißt schon ey hier 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 gehen Lichter aus wenn wir absteigen das klingt auch da schon ganz ganz klar durch Labbadia sagt noch dass er keinen Aktionismus will dass der Vorteil ist dass man die schwierige Situation jetzt noch verändern kann äh man wird eben zusammen frühstücken Kommunikation aufbauen Zusammenhalt aufbauen verschiedene Sprachen sind auch kein Thema für ihn weil viel auch über Englisch geht da auch ein ganz klares Zeichen für mich dass er gar keinen Bock auf Gruppenbildungen hat ähm Kommunikation untereinander ist eben wichtig ähm und das war es eigentlich so grob mit der etwa einstündigen PK jetzt bin ich hier bei unter 20 Minuten ist glaube ich dann doch eine Kurzfassung im Vergleich zu einer Stunde wie gesagt viel um den heißen Brei bei so Fragen die natürlich ein Journalist gerne hätte beantwortet bekommen ähm finde ich aber in manchen Fragen okay weil man einfach nicht konkret Zukunftsplanungen angehen kann oder ansprechen kann wenn eben nicht mein Klassenerhalt sicher ist ähm Inter haben wir gesagt sieht das hoffentlich anders aus aber in die Öffentlichkeit haben wir schon oft äh ja ich sag mal zu schnell irgendwelche großen Pläne äh ja in in Überlegungen gesetzt sag ich mal ähm die dann einfach ja schon früher durch andere durch andere Bewegungen durch Zweitliga und so weiter äh eh schon unterbrochen wurden deswegen ist es okay für mich dass sie da mal ein bisschen zurückhalten ich würde sagen eine recht solide PK wir hatten diesen einen kleinen Aufreger mit Labbadia ähm mal gucken ob ihr einer anderen Meinung seid wie ich aber ich finde das einfach ein bisschen übertrieben will logischerweise keine Form von Rassismus oder was auch immer äh damit irgendwie irgendwie runterreden oder sowas gibt bestimmt Leute die es auch ja einfach auch zu Recht so empfinden ich würde es nicht so stark sehen ich sehe da wirklich auch einfach im Hintergrund dass einfach Labbadia und vor allem eben auch ein Werle wirklich aktuell egal was die tun gibt es nur aufs Maul für die aktuell es gibt nur aufs Maul für die aktuell deswegen hab ich ja auch schon in anderen Videos gesagt Labbadia halte ich erstmal für eine ganz nette Wahl eine ganz gute Wahl ich hab ein gutes Gefühl dabei dass er uns drin hält ich hoffe dass er abliefert aber es ist auch ganz klar geworden auch wieder in der Reaktion auf die Pressekonferenz ist Social Media ist nicht das Stadion ist nicht die Realität sag ich mal aber ist trotzdem immer auch ein großer Teil Social Media ist ein großer Teil vom Fußball geworden und von den Fans und wie auch immer vom Verein geworden ähm ich hoffe sehr dass die wirklich von Beginn an direkt ihre Punkte einfahren und nicht mit einer Niederlagenserie rein starten sonst wird das hier echt Woche für Woche nur eine Shitshow und nur Scheißlaune und keiner mit Bock auf den VfB und wann 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 endlich wir alle raus und alles und das ist ja einfach anstrengend wie gesagt ich bin auch nicht positiv gestimmt aktuell vielleicht wahrscheinlich durchaus positiver als andere äh aber auch die PK oder der Umgang mit der PK die ich für echt recht unspektakulär halte jetzt am Ende des Tages ein paar wie gesagt ein paar kleine Informationen finde ich interessant ein paar Dinge durch die Blume finde ich interessant aber es ist nichts wo man jetzt irgendwie wieder groß in Weltuntergangsstimmung irgendwie verfallen müsste die PK lasst die jetzt einfach mal machen ich bin zuversicht dass das funktioniert mit Labbadia zumindest das Ziel Klassner alles darüber hinaus muss man eben mal gucken lassen wir gerne eure Meinung in den Kommentaren da jetzt schauen wir mal wie es weitergeht bedankt fürs Zuschauen lasst gerne jetzt kurz noch das Abo da wenn ihr es nicht getan habt und bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal